Unser Universum begann mit einem Geräusch, dem Urknall. Gefolgt von Äonen der Dunkelheit und Stille. Dann erklangen Stürme und Gezeiten. Mit der Entstehung der Erde erklangen der erste Gesang, das erste Instrument, die erste Sinfonie. Klänge und Musik wurden nun allgegenwärtig. Aber im selben Maße auch oberflächlich. Und der Zauber des Hörens begann zu schwinden. Stille ist eines der wertvollsten Güter unserer Zeit. Wenn wir von Locke die Stille bewusst brechen, dann nur in vollendeter, harmonischer Qualität. Es ist Zeit für eine Renaissance. Willkommen im Zeitalter von Locke Audio. Wecje 2 2 1 2 2 1 3 3 4 3 Musik 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 吵醒面对涡松脑 烘鞋像那烩浪光 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020